Hey Freunde, kennt ihr diese Momente? Ihr seid gerade heimgekommen und wollt eine Runde Playstation 3 spielen? Ihr nehmt gerade den Controller und wollt... Nein, Ohlum, du schon wieder spielen? Nein, ich wollte den Controller gerade erst in die Hand genommen. Sofort ausmachen! Sofort! Keine Diskussion! Ich hab nur noch nicht mal gestartet! Ja! Und genau um diese Themen geht es heute. Diese Momente. Kennt ihr diese Momente? Ihr habt in eurem Zimmer gerade eine Spinne entdeckt. Verdammt, da ist sogar eine. Aber keine Panik, ich werde sie schon erwischen. Ich hab nämlich keine Angst vor Spinnen. Verdammt, wo ist sie hin? Oh nein! Sie wird mich heute Abend auffressen. Du hast wieder mal deine Hausaufgaben nicht gemacht. Aber keine Sorge, irgendjemand hat sie schon gemacht. Und er wird sie dir sicher borgen, damit du abschreiben kannst. Scheiße, Mann! Ich hab die Hausaufgaben nicht gemacht. Was mach ich denn jetzt? Da kommt mir gerade mal eine Idee. Ich frag mal Peter. Pause. Jo, Peter. Servus. Ja, warte mal. Jo, alles klar. Ja Mann, ey, ich hab ne Frage. Und so hast du die Hausaufgaben gemacht? Ja, warte. Ja, das Ding ist, ey, ich sitze grad die ganze Zeit schon dran. Und ich komm da nicht weiter. Ich check das nicht. Kannst wirklich mal per WhatsApp schicken? Ja, ich mach die ganze Zeit, weißt du, ich komm nicht klar, Alter. Ja, Mann, korrekt, Bruder. Auf. Ciao. Korrekt. So, das war's schon mit dem Video. Wenn euch diese Momente bekannt vorkommen, dann gebt einen Daumen hoch und teilt das Video. Und nochmal an euch alle Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.